So!! Wenn ich Sicsse Frau Perfekt So Lustige Szenen So Oleg Ich bin Berg Rilz Oleg Oleg Ich will nur den Kadaver reinkriechen Ab in die Ziege Das ist schön warm Oleg ich hab's gut Oleg Oleg Ich dachte auch nicht Man So Wenn ich Sicsse Ich zocke Keine Ahnung wie es heißt so, ist mir scheißegal, wenn die Leute in Japan dann in Englischen schreiben, äh, also PESCH, so, angezockt und PESCH, so, das ist halt wie so ein Buchbesprechungsspiel, das ist ein trägen Rotz, so, keine Ahnung, PESCH, 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 ja, das ist jetzt so ein Spiel, wo man wieder tausendmal lesen muss, alles überspringen muss, abends kann man sich was aussuchen oder so, weiß ich nicht, ja, lächerlich sowas, bei den anderen Spielen stand, wie gestanden Namen da dabei, da nicht, äh, doch wasser, doch wasser, lächerlich, äh, 100 Jahre, man musste mal 10 Minuten lang immer derselbe Knopf drücken, weil zum Glück hier ist hier die Schnellfunktion noch dabei, dass man vorspringen kann, ja, gab ja schon mal so ein paar Spiele, wo ich schon getestet hab, aber da stand wirklich der Name dabei in Englisch, ey, da ist ja wieder scheiße, äh, na, gut, so, naja, beste Szene, gut, gefällt mir, gut, ja, ja, gut, gut, so, Manny C6, ich sag, 2, so, Manny Wix ist Wix, äh, ja, willkommen bei, Manny C6, so, Resident Evil 7, bei Rezards, Manny C6, so, erst mal Kakerlaken auf dem Boden, doch, kotzer, ja, ich hab die Hohes bezahlt, die ist auch da drinnen im Lidl, der Kassenbon ist in der Hohes, ey, so, aber nicht bezahlt, ich hab der Kassenbon in der Hohes, mach deinen Job risch, kotzer, kotzer, so, Gottverdammt, du schweißt, was machst du ein Junge, als ob du jetzig mit zwei schweißt, aus dem Kackkapratzl. Der Hund heißt Ratke, Ratke. Ey, Junge, mach uns mal 2 Bockbones, um, äh, um, stellt auf die Rechnung. Her hat gar keine Rechnung. so, naja, so, noch ein bisschen Pfannen reinzubringen, Video ist ein bisschen weiter vorgespult halt, so, ich hatte davor noch schon drei Videos gemacht, hier ist halt am Ende halt so von der Demo, geht ja eine Stunde angeblich, hab den 20 Minuten gepackt oder 10, ich weiß nicht mehr, beim ersten Mal hab ich gar nichts hingekriegt, so, so geht's, da kotzt er, da kotzt er, vielleicht fickt er die halt noch, mir egal, hat er noch ein Pissbecken, mir egal, so, so, ja, hier passiert halt nix, abends muss man mal Gegenstände finden, wenn man sie findet, wenn man sie findet, da kotzt er, so, hier, mach schon ein bisschen Werbung, so, hier ist anständigen Tabak, so, ja, beim anderen, da du Karl Rusch eine ganze Dose geraucht habt, ey, krieg ich gotzerei, jeden Tag, ey, kann die Scheiß nicht mehr rauchen, oder wahrscheinlich, wenn man 200 Gramm davon raucht, ey, innerhalb von der Woche oder zwei, keine Ahnung, weiß ich nicht, so, ja, so, da gibt's schön Fleisch, Junge, ist lecker mit Fleisch, Junge, cool, schön mit Fleisch, geil, 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 so, so, und ab, aber ein drischiges Loch, Junge, so, Tür, ey, was hat denn für Motherfucker, so, ja, oh, weg, wie sieht der denn gerade aus, ey, boah, wie hier, der, der Typ, wo Marvel die Leute erfunden hat, oder was, kanabischen Namen vergessen, ne, ist egal, so, passt nie los, so, guck mal, will er an die Fesseln hochschneiden, schneid einem noch ein Bein rein, ey, ist zum Teufel, ey, so, ja, macht, macht, macht einen Job, schrotze, manne, doch, Gott, doch, Gott, aber ein drischiges Loch, Junge, so, ja, jetzt hat er, wird noch zerfleischt, ey, am Nacht, ja, 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 richtige Spielregulierung ist halt cool, da kann man noch wenig Köpfe abschließen, also, die alten Teile von Strassen besser, Die waren brutaler. Ja, kann man lassen, mit dem scheiß Hinterwildner. Hinterwilder! Popofegas, Hinterwilder! Ja, sonst gar nix. So! Das war Redding Musi bei Ratsatz. So, cool, war cool. So, Many of the Dead. So, Wolfenstein, Senior Oder. Wolfenstein. Ja, immer. So. Ist dir mal aufgefallen, hier bei Wolfenstein. So. Das immer irgendwie bei jedem Ego-Shooter, ja, immer sind halt Amerikaner, ja. Und dann kämpfen sie halt gegen Nazis oder so. Ja, jeder kämpft gegen jeden. Aber gibt keinen Ego-Shooter, wo halt mal, ja. Die Deutschen gehen die Amis kämpfen oder was. Und die platt machen. Ja. Darf man nicht oder was. Ja. Was soll denn so'n Scheiß hier? Oder wie die Russen machen, was weiß ich nicht, China platt oder oder was was isch nicht, ey. Jeder gegen jeden. Na ja, darf man dann halt nicht. Ja, ist halt, äh, mit Rechtens oder was. Was soll denn so'n Mist? Aber immer, immer müssen, äh, die Nazis dran glauben, ey. Ich bin kein Nazi, ich bin kein Punk. Ich hasse die Menschheit. Von mir aus wär's ganz tot. Interessiert mich nicht. Macht eh die Planeten nur kaputt. So. Das ist meine Meinung.